In diesem Video sehen wir uns gemeinsam das Feature von Microsoft Excel an und zwar das Feature Geografie. Das Feature soll uns das Leben mit Microsoft Excel einfacher gestalten und zwar wenn man mit Auswertungen zu tun hat oder Analysen, dann ist man ja oft in der Situation, dass man beispielsweise wirtschaftliche oder statistische Kennzahlen sich mühsam im Internet zusammensuchen muss und dann auch noch die Frage offen bleibt, wie man diese regelmäßig aktualisieren kann. So viel sei gesagt, dass nun mit diesem Feature von Microsoft Excel das standardmäßig unterstützt wird. Es werden auch wirklich sehr viele nützliche Informationen und Kennzahlen bereitgestellt und vor allem das Aktualisieren gestaltet sich sehr angenehm und zwar durch einen einfachen Knopfdruck. Nun genug der Einleitung, ich habe uns auch ein Beispiel mitgebracht, wie das in etwa aussehen kann. Und zwar haben wir vor uns eine einfache Tabelle und zwar enthält diese Tabelle unter anderem zu den drei wichtigsten Ländern in Europa, Deutschland, Österreich und die Schweiz, etliche Kennzahlen. Diese habe ich zu Beginn herabrufen können, beispielsweise die Arbeitslosenrate oder das Bruttoinlandsprodukt. Es ist sogar möglich, auch die Fahne bzw. die Karte eines einzelnen Landes darzustellen. Wir werden uns dann in weiterer Folge noch die Kennzahlen näher ansehen. Es ist wie gesagt auch möglich, diese Informationen in einer Grafik sehr angenehm aus meiner Sicht zu darstellen und das alles zusammen macht wirklich Freude damit zu arbeiten. Nun genug der Vorrede, beginnen wir nun endlich, wie man nun dieses Feature einsetzt. Dazu werden wir ein neues Arbeitsblatt in dieser Arbeitsmappe erstellen und zwar hier rechts unten machen wir ein neues Arbeitsblatt und beginnen mal sehr einfach, indem wir wie vorhin mal als Überschrift in die Zelle B4 das Land definieren. Und zwar wie vorhin nehmen wir Deutschland, Österreich und die Schweiz und nehmen wir noch auch die Italiener hinzu, da wir ja dort sehr gerne auf Urlaub sind. Nun, als Vereinfachung ist es notwendig, zunächst diese Bereiche als Tabelle zu formatieren. Dazu gehe ich im Menü auf Einfügen und wähle den Tabellenbereich aus. Ich gebe den Haken hinzu, mit Tabelle hat auch die Überschrift und habe nun eine einfache Tabelle. Der nächste Schritt ist, ich selektiere mir nun diese einzelnen Länder. Wichtig, es können neben Länder auch Städte, Bundesländer verwendet werden und vielleicht, wenn ihr nach diesem Video tiefer mit diesem Feature arbeitet, findet ihr vielleicht das eine oder andere noch heraus, was ich nicht gewusst habe. Was auch noch funktionieren sollte, wären auch Latitude und Longitude, also sozusagen geografische Koordinaten. Nun, nachdem wir das selektiert haben, wechseln wir in den Reiter Daten und dort gibt es im Bereich der Datentypen noch die Auswahl des Symbols Geografie. Und wie der Name hier sagt, oder diese Infobox, kann man nun mit diesem Button diese Zellen in eine Geografieinformation umwandeln. Ich führe das durch und es erscheint nun ein kleines Symbol vor diesen einzelnen Ländern und das gibt uns die Gewissheit, dass nun diese Konvertierung erfolgreich durchgeführt worden ist. Darüber hinaus gibt es nun nach dieser Umwandlung hier rechts oben ein neues Icon und zwar nennt sich das Spalte hinzufügen. Mit diesem Icon werden wir nun viel arbeiten, wenn wir zusätzliche wirtschaftliche oder auch statistische Kennzahlen und noch etliches mehr, das ich jetzt nicht in der Vorbereitung gesehen habe, können wir hinzufügen. Und zwar klicke ich nun auf dieses Symbol, leider macht es mir diese Auswahlbox nun nach oben hinauf auf und kann leider nur den unteren Bereich jetzt sichtbar gestalten. Aber was wir als erstes sehen können, ist, dass es hier etliche Kennzahlen vorhanden sind, wie Lebenserwartung, Mindestlohn und viele weitere Sachen. Wir können mal beginnen mit sehr bekannten Kennzahlen, zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt. Wie du siehst, wurde mit einem Klick sofort dieses Bruttoinlandsprodukt von diesen Ländern importiert. Das erspart natürlich jede Menge Zeit, wenn du das mühsam im Internet zusammensuchen musst. Wir können dann noch beispielsweise auch spezielle Kennzahlen wie die Erwerbsbeteiligung angeben, auch sehr interessant. Dann gibt es auch noch oft ein sehr strittiger Punkt, und zwar der Benzinpreis. Der müsste sich auch irgendwo befinden. Wir befinden hier sehr spannend, bekannt natürlich in Italien der hohe Benzinpreis. Was ich nicht wusste, ist, dass in Österreich der Benzinpreis relativ günstig im Vergleich zu den anderen Ländern ist. Und wie man sehen kann, gibt es oder macht es wirklich Freude, hier noch viele weitere Kennzahlen auszuwählen. Auch die Möglichkeit, die einzelnen Länderflaggen darzustellen. Was wir nun machen können, ist beispielsweise auch diese Daten in einer Grafik darzustellen. Dazu selektiere ich meinen gewünschten Bereich. Ich nehme nur mal das Bruttoinlandsprodukt und werde als nächstes eine Karte einfügen. Dazu wechsle ich nun auf den Reiter Einfügen und dort gibt es dann das Symbol bei den Diagrammen mit der Karte. Gebe das an und bekomme sofort eine schöne europäische Landkarte mit dem Bruttoinlandsprodukt farblich auch schön dargestellt. Und kann bereits hier interaktiv mit diese Bereiche zu diesen Kennzahlen ansehen. Wie man schon erkennen kann, erspart man sich natürlich hier jede Menge Zeit. Und ich finde es wirklich als ein gelungenes Feature, das man hier in Microsoft Excel verwenden kann. Wie gesagt, würde ich dir empfehlen, das Fischer mal einmal zu probieren, um herauszufinden, ob es auch für dich eine Zeitersparnis ist. Und falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg.